Bist du, drüben? Ihr könnt ja mal warten. Seh ich dir mal vor, dass mit zwei Leuten auf einer Plattform fußen wir nicht. Ach komm! Der erste hat immer Aua! Die Arschkarte. Der erste hat immer Aua. Theoretisch müssen wir das Level jetzt machen, bis wir es schaffen, aber ich glaube das... ...schafft man nicht. Ich hab auch noch andere Spiele dieses Jahr zu Let's Play. Guten Tag. Schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Du zielst zu 3-2-1 und dann bei 1 drückst du die 3. Genau. So viel Multitasking bewegt euch auch an die Ferien. Ich muss ja noch meine Aufnahmetaste... Ich begrüße auch noch. Das machst du ja wohl für die Vorder-3-2-1. 3-2-1. Hallo Freunde der leichten Unterhaltung. Da sind wir wieder bei Bennett at Bloodyparty Multiplayer. Und mit dabei ist der Walvo. Servus und hallo. Der Bandause. Hallo. Und der Anno. Wie ihr uns anfeuerts, während wir da den Arsch hinhalten. Oh man. Gut, wir spielen dasselbe Level nochmal, was wir beim letzten Mal schon erfolgreich verkackt haben. Okay. Da war es ganz knapp beim Anno. Bei mir. Also den Ender eigentlich noch nicht so richtig. Wart ihr schon näher dran. Safety first. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Nein. Hahahaha. Vergiss den Ball. Nimm, 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 nimm. Ist jetzt schon jemand mit Hütchen weg? Hahahaha. Hahahaha. Nein. Entschüss doch. Danke, das ist so. Plums. Nicht, bitte echt nicht schubsen. Danke. Okay. Jetzt da rüberspringen. Ach, das hat er dann geschafft. Irony Bomb. Okay. Ja, etwas kopflastig. So weit, so easy. Hahahaha. Easy. Also ich glaube jetzt saus mal da durch, ohne Probleme. Absolut klar. Ich bin nur noch ein Kopf. Hahahaha. Ich bin nur noch ein Kopf. Das klingt sehr philosophisch, Anno. Aua! Hahahaha. Hahahaha. Warte, wo wird dein Löffel hier hin? Der Löffelchen. Hahahaha. Da war ja was. Neeeeee. Nein. Oh Gott. Weil wieder im Hintergrund noch so Schweinehälften durch diese Halle getragen werden, ne? Hahahaha. Von außen und ich. Hahahaha. Hahahaha. Hallo Banause. Äh. Ich knabber dir ins Fuß. Hahahaha. Lalalala. Hahahaha. Hahahaha. Boah, das war knapp ey. Hoho. Ah, erstmal den Checkpoint erreichen. Danke sehr. Easy. Aua. Hahahaha. Hahahaha. Kann man da durchspringen? Sehr schön. Aua. Gut. Ich trau mich noch ned. Eaaa. Eaaaaaa. Neiii. Aaaahhahaa. Scheiße. Da braucht man'n Körper. Okay. Müsmen wir das auch. Was? EN agreements? Ok. Zumindest mehr als ich hatte. Hast du die Kopfsched suicidal? Du hast doch mehr Kopf darüber geschafft. Oh mein. Oh Gott. Ohha. Wja? 동 Wja. Wja? Was? Okay. du sag das lang nicht also gab es jetzt bevor der große sprung da habe ich versucht vorher anzuhalten ich bin zu unfähig für alles gott unfähig 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 dreieinhalb spannen verbleiben ja aua wer mit dem kashic castle parkour der neuzeit schaffen ja das kriegt bitte blödscheiß hu 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 hihihi oh banause was denn da los man kann den ganzen hindernis kram so gestürzt das war zu früh aha einfach mal geschickt dran vorbei ja ja links und rechts kann man äh weiter da kommen die stühle ha ho 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 knapp jetzt bin ich der wischen go go was euch denn alles rumliegt haha 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 Ich hab ohne Körper geschafft man das EY Körper oder? haha KOMM 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 Oh mein Gott Ich hab jetzt die F*** Danke Egal wir haben's alle geschafft So also für mich dieses Plays beendet ich hab eine Runde überlebt geschafft und studiert Das ist das höchstens immer sehr rein Jetzt kommt das Deathmatch of Joy Klingt das schonmal sehr Also ich bin Deathmatch of Joy Auf jeden Fall schonmal Hühnchen Fünf Leben ist ganz wahrscheinlich gleich kleine Tobe Hühnchen Sind wir jetzt Hühnchen? Okay Hey wie war das noch? Nein Nein Oh Oh wow Was ist denn das hier? Oh Ich kann euch was in den Arsch schieben Wo ist das denn? Hehehe Hallo Hey Haha Bodo sieht doch Hahaha Was klingt noch Aha Ach da hast du Ach da bist vergiftet Okay Verstehst du Ja Hat das doch noch geholfen Kommt nur her Oh No Oh No 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 Da ich doch nie wieder da rüber schaffen No No Hüppernauze! Okay, kannst du vergessen! Wo muss man hin? Achso, da unten und hin weiter? Ma! Ah! Klatsch! Tschö! Ah, scheiße! Oh! Danke für den Schuh! Mein Hütchen ist im Flug explodiert! Ja, dann hast du lange gebraucht! Ah, zu unfähig! Ah, zu unfähig! Ey! Lass das, du Sack! Was? Hä? Ich hab dir ne Spritze reingeschoben! Ach, Mann, oh! Der Jocke wieder mal! Wer zu mir will, der und dem Boxy hier runter! Wir umstehen, ey! Ne, komm hoch, man nach Hause! Seht nicht! Das? Oh Gott! Nein! 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 Tschüüüüü! Zu wunsch ich! Oh, ich bin mal nicht der Erste, der stirbt! Ah, du kannst das auch pushen und auf andere runterschleudern! Da zum Beispiel beim Banausen! Stell dich auf die andere Seite! Ja, warum push ich denn? Ja! Fail! Genau! Ja! Ja, irgendwie krieg ich jetzt mal nen Grafik-Bug-Mate dagegen push, weil dann bin ich irgendwie in der Kiste kurz! Also, so ganz merkwürdig! Banausen, du schaffst es! Aua! Boah! Oh no! Wie? Die Ockel hat ihn gar nicht gesehen, weil er so klein ist! Ich glaub nur mal zermatschen soll! Hui! Willst du den Baum fällen, oder? Schööööön bei Nausen! Sauber! Oh mein Gott! Ando vs. Joker! Fight! Wo ist das denn? Hier! Ey! Nimm die Stühle! Alter ist auf den Arno! Aua! Scheiße! Das klappt ja wirklich! Das kommt erstmal runter! Ups! Ey! Ey, das! Jetzt gleich ist recht für alle, jetzt kommt der Jocko dran! Was da schon alles rumliegt! Aber ein Arno mit nem Stuhl runterschießen, das war schon lustig! Ja, ja! Hatte ich echt toll! Aua! Gab nicht die Stühle! Aua! Oh, zähn hin! Da kommen sie hin! Da kommen sie hin! Hahahaha! Er taunt hinter, weißt du! Abschießen, abschießen, abschießen! Eben bevor sie sch- Haha! Bevor sie die Dinger nehmen können! Äh! Was da schon rumliegt, ey! Garno liegt da! Ich glaub die Stühle haben mich gekillt! Also da kommt nicht in den Händen zurück! Sehr schön! Sehr schön, sehr originell! Arno hat er gewonnen rumliegend! Hahahaha! Hä! Kann ich glaube ein bisschen Ding ist gepackt! IN... In irgendwie... ... in den Boden! Reingepackt! so was haben wir noch clown spike balls oh mein gott das sieht schon so aus wie immer wenn die musik so extrem spannend also so extrem chillig ist es immer super nervig ich will sie alle schaffen habt ihr das selber gesehen wie ich erster platz auaachs das sehen aus wie triples von star trek die können dann ganz schön mitnehmen im wahrsten sinne noch mal wie oft kommen die denn da oft und die fallen endlich ist ja also so richtig im timing habe ich auch noch nicht draußen hat er nimmt mich mit dem fuß auch noch mal und noch mal okay fuhre deibels obwohl es mal hier der erste checkpoint ist bis dahin bin ich ja schon boah wie gemein das ist wie fies wie arsch gemein das ist es könnte noch ein bisschen dauern nein ich bin zu unfähig unfähig man ich habe ich habe er kommt da noch weggefrogen ganz am anfang zurück das wird ja nie schaffen da kommt mir der arno entgegen mit seinem trübel aua du sack nimm das nein nein einf banause guck mal nach unten ich kann mal zum ende der karte ja enorm gibt's eine leiter Alter, ich glaub gar nicht, dass da noch alles kommt Da ist der Banause, ja Ich steppe hier Nein, 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 nicht zum Ende wieder, nein Nein, 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 nein Oh, ist das ein gemeines, dreckiges, mieses, fieses Level Da, wo liegst du oder rechts? Wie soll man das denn schaffen? Da, wo du warst du, ist auch nichts Ihr braucht zwei Leute oder drei? Ah, okay Oh, 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 oh Nein, scheiße Dump Wir merken schon, Joker und Banasa sind eindeutig die besten im Spiel Ja Nein, oh nein Blar Haha, ich hab grad zwei Bälle mitgenommen Erst einer und dann der von dir auch nochmal Sehr schön Ach du Scheiße Toll Aua Toll Was ist das? Was ist das? Ach du Scheiße Deswegen machen wir's ja jetzt hier, ne? Das ist ja der Unterschied Ja Aber Vor allem zusammen, macht's einfach noch mehr Spaß Nein! Wie viel Spaß es macht, ey, scheiße Am Spawn Point zu stehen Du blöder Sack Bist du jetzt hier? Achso Ne Anno, komm Sei nett Er kommt durch Er kommt einfach so durch Nein! Nein! Ich war doch schon so weit! Hehehe 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 Oh Gott Nein! Oh du blödes Bist halt jetzt absolut nicht wohin Dahinten Bist du? Drüben? Ja Ihr könnt ja mal warten Hehehe 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 Oh man, ey Hehehe Oh Gott Oh 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 Feil Also dreieinhalb Minuten hab's ja noch, ne? Hör auf du Sack Hehehe 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 Oh 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 Oh, ach Okay, da sind noch Dings Oh Gott, Aua Ich klebe fest an den Fallen Ach, war doch kein Jackpoint Oh, leck mich, ey Aber wir haben die Türen auf Okay Dann geht's ja noch Bleib weg, Anno Nein! Genau, danke Aua! Scheiße Hehehe 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 Danke, dass du die Oh Aufgehalten hast Hä? Hast du gesehen, die Kugel ist grad zum Spawn? Ja Ja, das war grad verpackt Hehehe Seh ich dich du mal vor, dass mit zwei Leuten auf einer Plattform funktioniert? Nee Ach komm Geh du mal vor, ist gut Der Erste hat immer Aua Die Arschkarte Der Erste hat immer Aua Die Kamera ist scheiße Hehehe Der Erste hat immer Aua Hehehe 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 Geh das Nein Oh du Blödes Ahh Ich krieg die Mord- Nein Ein Stück zu früh abgesprungen Ach scheiße, jemand an Scheiß, jemand an Das ist nicht schön hier Nein Ach, amm Da kommt der Ander wieder entgegen Get your friends. Friends, friends, friends. Ernsthaft? Ihr braucht uns? Ja alter, ihr Koop-Level. Wir sind noch nicht mal über den Staat hinaus. Das können wir uns vergessen, ey. Das schafft man nie eine Minute 30. Das spielt nichts, was ich begreifen werde mehr. Theoretisch müssen wir das Level jetzt machen, bis wir es schaffen, aber ich glaube das... Das schafft man nicht. Ich habe auch noch zwei andere Spiele dieses Jahr zu Let's Play. Nein, oh das ist so gemein, wieso nipp ich dir einfach mit? Zeht unten her, mitlaufen auch. Oh man. Zwei von vier sind da. Wie drei von vier. Zwei von vier, aua. Aua. Also wenn ihr sehen könntet, wie blutig dieser Startplatz mittlerweile. So, jetzt aber, komm. Go for it. Mal. Okay. Nein, ach Mann. Wieso denn jedes Mal diese Save, ey? Ich krieg die Morden. Nein! Okay. Oh nein. Es tut mir leid, Leute. Folgen Ende. Definitiv. Das war's also mit dieser Folge. Und ja, meine Kollegen sind unten verlinkt. Ich dachte, die Gehirne unserer Kollegen liegen noch da unten. Das auch. Wir sind alle durchgeschwitzt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Au. Ciao. 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 Ciao.